Und damit herzlich willkommen zurück, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Lumberjacks Dynasty. In der letzten Folge wurden wir leider beim Lügen erwischt. Oh oh, mal schauen was das noch für Konsequenzen nach sich ziehen wird. Haben aber dafür trotzdem eine Angel geschenkt bekommen und die hätten wir wahrscheinlich nicht geschenkt bekommen, die hier nämlich, wenn wir nicht gelogen hätten. Naja, was macht man nicht alles für eine Angel. Ich würde sagen wir machen jetzt aber erstmal kurz wieder zurück zu unserem Häuselein oder unserem Grundstück und reparieren da mal noch ein bisschen. Nein, obwohl, wir wollten ja erstmal den Anhänger holen. Dann lasst uns erstmal kurz hier zum Traktor, der stand glaube ich hier, jo genau. Und dann holen wir, na, warum steigt der nicht aus? Stehe ich zu schräg? Jetzt steigt er aus. Äh, hallo? Oh nein, wir können nicht in den Traktor steigen. Das ist natürlich Mist. Ich dachte wir können den benutzen. Aber anscheinend nur wenn unser Onkel das erlaubt. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich erstmal doch weiter die Häuser auf unserem Grundstück reparieren müssen, damit uns der gute Onkel dann den Traktor wahrscheinlich schenken wird. Gehe ich zumindest von aus. Ach Mist, so das hier hinten war unser Haus. Das war der Tierstall und das war die Werkstatt. Die Werkstatt hatten wir ja schon soweit repariert. Aber ich glaube Tierstalltechnisch ist noch was zu erledigen. Da hatten wir das Dach gemacht. Was? Von naheliegendem Gerüst blockiert. Ja, na super. Also kann ich es doch abbauen? Aber wie soll es funktionieren? Wir gucken mal ganz kurz. Werkzeug. Kettensäge. Baue oder entferne Gerüste und benutze sie, um auf Gebäude zu steigen. Aber wie kann ich es denn? Basiskettensägen erlaubt die Verwendung besserer, dank steigender. Okay, also unsere Fähigkeiten steigen. Ja, das habe ich verstanden. Wir müssen mal langsam wieder was essen. Das habe ich wieder komplett vergessen. Und dann hauen wir uns doch erstmal. Wieso ist das jetzt nicht? Oh, Nahrung 99. Okay. Komisch, hat gerade etwas gehangen. Naja. Ja, wie können wir denn die Baugerüste wieder abbauen? Das ist eine gute Frage. Behalte deine Verfassung im Auge. Nö, das hat nichts damit zu tun. Passt, der F4 ist Baugerüst. Ach, hier eh entferne Gerüst. Ah, okay. Alles klar, jetzt haben wir es. Gut, habe ich leider die ganze Zeit übersehen. Tut mir sehr leid. Dann lasst uns mal die Nagelpistole in die Hand nehmen. Nein, wir rennen nicht mit der Kettensäge in den Tierstall rein. Das könnte noch zu Gerüchten bei den Nachbarn führen. Das wollen wir doch alle nicht. Vor allem nicht auf dem Dorf. Ja, dann lasst uns hier noch was reparieren. Es tut mir sehr leid. Ich habe euch mit der letzten oder in der letzten Folge schon etwas gelangweilt mit Nagelpistolen-Action. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so, dass wir pro Folge ein Gebäude reparieren. Dann wird es für euch nicht zu langweilig. Also für mich natürlich auch. Ich finde das jetzt auch nicht super spannend, aber es gehört nun mal dazu. Und da bin ich auch gar nicht so traurig drüber. Es ist ja schließlich ein Simulator. Dann lasst uns wirklich pro Folge ein Gebäude reparieren. Na super, ich komme nicht dahinter. Was soll ich denn jetzt machen? Springen. Okay, hat geklappt. Und dann sind wir doch hier auch schon in den nächsten Folgen durch mit dem Hof so rum. Und dann haben wir hoffentlich nicht mehr so viel zu reparieren und können uns etwas mehr auf Baumfällen und Sägewerk und so weiter konzentrieren. Ich kriege das dort nicht anvisiert. Kriege ich das? Ja, das kriege ich von hier. Gut, dann haben wir hier alles soweit. Da oben haben wir noch was. Kriegen wir ein Gerüst? Ja, kriegen wir auch Indoor aufgestellt. Okay. Dann einmal hier und einmal hier. Du hast repariert. Scheune. Glückwunsch. Deine Arbeit wird geschätzt. Du erhältst 5000 Sozialpunkte. Na das ist doch eine schöne Sache. Und damit haben wir das Gebäude. Das hat doch gar nicht so lange gedauert. Machen wir das Gerüst hier wieder ab. Ich kann mal wissen, ob wir ein riesen unendliches Gerüst in den Himmel bauen können. Das probieren wir aber später mal aus. Sehr gut. Also Kuhstall ist repariert. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir dann Kühe kriegen. Dann würde ich sagen, lasst uns erstmal kurz gucken, was wir noch so für Quests haben. Das ist eine Bleibe. Repariere alle Hofgebäude. Das machen wir später. Hier unten ist Oliver mit seiner Scheune und hier oben Hüter des Waldes. Räte mit Tante Grace. Wir visieren es mal an. Da oben haben wir es. Und dann gehen wir mal zu unserer guten Tante und fragen sie mal, ob hier der neue Hüter des Waldes werden oder was sie genau damit meint. Ich habe jetzt auch übrigens die Musik dauerhaft eingestellt im Hintergrund. In den Folgen davor war sie eingestellt, dass sie nur bei, ja in gewissen Situationen kommt. Habe aber gerade gesehen, dass man es auch auf dauerhaft stellen kann. Und so haben wir zumindest leise die ganze Zeit nebenbei was dudeln. Das finde ich nicht so schlecht. Könntest du Logan für mich besuchen? Ich möchte, dass du ihm diesen Kuchen bringst. Logan ist der Förster hier in der Gegend. Er schaut manchmal etwas finster drein, aber er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Freund. Er hat vor einigen Jahren seine Frau verloren. Charles und ich unterstützen ihn, wo wir können. Im Gegenzug hilft er uns auch immer mal wieder. Und wenn man dann natürlich noch ein großes Grundstück hat, um das man sich kümmern muss. Das ist natürlich gar nicht schön. Haben wir den jetzt automatisch anvisiert? Lasst mich noch mal kurz schauen. Hier, Hüter des Waldes. 600 Meter. Naja, das geht noch. Da nehmen wir schnell die gute Christine. Unseren Pickup. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann, wenn wir die Hofgebäude repariert haben, dass der Onkel sagt, Mensch Junge, du bist anscheinend wirklich fähig. Hier hast du die Traktorschlüssel. Mach was draus. Wollen wir es hoffen. So weit ist es ja gar nicht. Das ist natürlich doof. Jetzt haben wir da oben alles repariert und jetzt können wir den Hänger gar nicht abholen. Nicht, dass der dort noch wegrostet oder der den doch verkauft. Das wäre ganz, ganz schlecht. Das wollen wir natürlich alle nicht. So, 100 Meter. Dann lasst uns mal hier kurz parken. Und dann gucken wir mal. Da ist er doch. Hallo. Psst. Nicht so laut. Was machst du hier? Meine Tante Grace hat mich geschickt. Ich soll dir das hier geben. Grace ist also deine Tante? Verstehe. Danke für die Lieferung. Grace ist eine tolle Köchin. Geh jetzt nach Hause. Ich bin auf der Jagd. Was jagst du? Wilderer. Sie verletzen die Tiere, zerstören den Wald. Das ist mein Job. Ich bin der einzige Förster in dieser Gegend. Kann ich helfen? Wenn du meinst. Aber bleib in der Nähe und verhalte dich absolut ruhig. Machst du Krach oder entfernst dich zu weit, gehst du sofort wieder nach Hause. Verstanden? Verstanden. Folge mir und bleib in Deckung. Okay. Oh, der rennt aber los hier. Ich dachte, wir sollen ruhig machen. Und jetzt fängt er hier an, Usain Bolt zu machen. Okay. Naja, gut. Folge Logan in den Wald. Ja, das machen wir doch. Nach oben ist, bleib in der Nähe. Ah, okay. Also es werden dann mehr Prozente, desto weiter wir uns entfernen. Naja, das passt ja. Er ist zum Glück nicht sehr viel schneller als wir. Er läuft ein bisschen komisch, immer etwas schräg. Ist eine alte Kriegsverletzung. Kann man auch nichts machen. Ja, die bösen Wilderer. Verstehe solche Menschen so oder so nicht, wie man wegen Leid von Tieren, so wie man Tieren, so schlimme Sachen antun kann. Für ein bisschen Geld. Irgendwelche Stoßzähne rausreißen und Feuer umbringen. Nur weil man damit Geld verdient. Also ich meine, die Menschen machen sehr, sehr viel für Geld. Aber ich verstehe nicht, wie man sowas mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Okay, wir reden dann weiter. Oder wir reden jetzt weiter. Ich dachte, wir haben es geschafft. Da würde ich lieber Menschen abziehen, die es verdient haben. Also unschuldigen Menschen, äh unschuldigen Menschen, unschuldigen Tieren was anzutun. Da könnte ich nachts gar nicht mehr schlafen. Würde mich wochenlang beschäftigen. So ein Elefant oder so erschossen hätte. Also ganz, ganz merkwürdig. Da muss ganz, ganz groß was kaputt sein im Kopf. Damit man sowas tut. Gut. Also erschießen wir jetzt Wilderer oder gucken wir jetzt nach verletzten Tieren, die wir retten müssen? Das wäre jetzt eine gute Frage, weil ich bin nicht unbedingt bewaffnet für Wilderer. Du siehst mir auch nicht nach dem Kräftigsten und vor allem auch nicht bewaffnet aus. Du bist ja auch nur ein Förster. Also gut, du könntest vielleicht so ein Jagdgewehr haben. Sieht aber nicht danach aus. Es sei denn, du zauberst es noch aus deinem Hut. Kann natürlich auch sein, dass er das noch macht. Lauf ins Gebüsch. Er will mich vielleicht einfach nur vergewaltigen hier. Man weiß es nicht. Wollen wir es nicht hoffen. Oh da, ein Wildschwein. Okay, es rennt weg vor uns. Es sieht ja witzig aus, wie es wegrennt. Oh nein, da liegt eine Rehe. Oder Hirsch. Oh nein, armes Tier. Lauf doch schneller. Vielleicht dringt es gerade um sein oder ihr Leben. Siehst du den Hirsch? Schön langsam, Junge. Was ist passiert? Er hat sich in der Falle verfangen. Sagte ich doch. Wilderer. Gut, dass sie Seile benutzen und nicht diese fiesen Metallklauen. Wir können ihn da rausholen. Kannst du helfen? Ich werde versuchen, das Tier zu befreien. Aber ich brauche deine Unterstützung. In Ordnung. Was soll ich tun? Versuche, den Hirsch ruhig zu halten. Sonst lässt er sich nicht helfen. Halte seinen Kopf und Rücken. Er sieht erschöpft aus, aber er ist noch sehr verängstigt. Da helfen wir doch glatt. Na gut, dass es nur Seile sind. Da können wir ihn befreien. Armer kleiner Hirsch. Wollten sich wahrscheinlich das Geweih holen. Da knabber so ein Pilz weg vor dir. Das sind Magic Mushrooms. Dann bist du erstmal in einer anderen Welt. Und wenn du wieder wach wirst, dann geht's dir wieder gut. Wir haben's geschafft. Guck mal, wie friedlich es davon galoppiert. Ist das nicht schön. Wieder eine gute Tat verbracht heute. In Ordnung. Wir haben es geschafft. Danke für deine Hilfe. Ja, wir haben's geschafft. Ich hab noch nie einem echten Hirsch geholfen. Bleib etwas länger in der Gegend und du wirst es lernen. Mal sehen, ob ich ein paar Spuren finde. Du kannst nach Hause gehen, Junge. Wie er sich gefreut hat, wie man es richtig in der Stimme gehört hat. Können wir die Pilze denn pflücken? Also jetzt nicht, weil ich denke, dass es Magic Mushrooms sind, sondern generell... Nö. Ach, schön gemacht. Also generell die Synchronsprecher im Spiel. Also da wurde doch gute Arbeit geleistet. Denkt man gar nicht von, ich sag mal jetzt nicht so einem Riesentitel. Die andere Spiele. Die sind ja meistens dann doch entweder schlecht synchronisiert oder gar nicht synchronisiert. Aber dass man hier so eine gute Synchronisation drin hat, hätte ich nicht erwartet und ja begeistert und freut natürlich. Macht viel aus. Wir müssen erstmal wieder zur Christine, weil mein Auto lasse ich nicht mit ein... Was kauft dieses Waldstück? Drück Enter. Okay. Feldankaufmenü. Ü gab's nicht in groß. 0,25 Hektar. Du kannst den vollen Verkaufspreis zahlen. 12.000. Uiuiui. Oder du verwendest deine Sozialpunkte für eine Ermäßigung. Ja, wir haben wie viel Sozialpunkte? 7.350. Dann bräuchte ich. Ich brauche genauso viel Sozialpunkte, wie es kosten würde. Und dafür wird's dann der halbe Preis. Okay, dann haben wir zumindest schon mal verstanden, wofür die Sozialpunkte da sind. Ich weiß bloß noch nicht wirklich... Achso, na doch, ich weiß, was es bringt. Wir können ja natürlich nicht einfach fremde Bäume fällen. Dafür brauchen wir natürlich Waldstücke. Also ich glaube, das wird hier noch sehr, sehr lange gehen und am Ende werden wir wahrscheinlich sehr viel besitzen und sehr viel auch arbeiten. Das gefällt mir. Wir fahren jetzt erstmal hier den Weg wieder zurück. Weiß gar nicht, sollen wir jetzt wieder zu Tante Grace? Ja. Die gibt uns dann sozusagen die Sozialpunkte. Da geben wir ihr Bescheid, was für ein guter Mensch wir sind. Kuchen abgegeben, Hirsch gerettet und schon überlegt ein Waldstück zu kaufen. Da wird sie sich doch freuen. Frag mich, ob es hier gar nicht regnet oder ob es vielleicht noch kommt. Wir werden sehen. So, park mal schnell hier ein. Oder hier neben dem Haus. Das sieht doch fast aus wie ein Parkplatz hier. Naja, dass da mich nicht aussteigen. Darf ich hier aussteigen? Hier darf ich aussteigen. Okay. Hallo Onkel. Sie ist stolz auf uns. Das ist doch schön. Eine stolze Tante. Was möchte man mehr? Nun, jetzt muss ich nicht nochmal mit ihr sprechen. Wir haben es gerade mal 15.08 Uhr. Also die Uhrzeit vergeht wirklich sehr, sehr langsam. Also ist ja gut, wenn man nicht andauernd hier aller halben Stunde Spielzeit Nacht hat und schlafen gehen muss. Sehr gut. Dann haben wir das gemacht. Wir sind jetzt bei fast 10.000 Sozialpunkten. Das heißt mit dem Waldstück. Obwohl, dann brauchten wir ja immer noch 6.000 Euro. Hm. Wird wahrscheinlich doch noch etwas dauern. Wir müssen hier noch weiter die Hofdinger reparieren und wir müssen zu Oliver und seiner Scheune noch. Ansonsten der unvollendete Turm. Wollen wir da vielleicht erstmal hin? Ich würde sagen, wir machen da hin. Wir visieren das einmal an. Dann steigen wir ins Auto. Guck mal, dann können wir sogar gleich hier hochfahren. Ich hoffe mal, die alte Christine schafft das noch. Obwohl, hier ist ja sogar... Hier ist ja sogar eine Straße. Dann ist alles gut. Ich hoffe, die führt dann auch nach rechts. Ach, wir fahren einfach mal hier hoch. Komm schon, Christine. Ach, Mist. Ach, sind bloß noch 200 Meter. Ist vielleicht schlauer, wenn wir den Rest doch einfach laufen. Uiuiui. Okay, Christine ist auf jeden Fall nicht für Gelände gedacht. Lasst uns hier mal aussteigen und wir laufen mal hier hoch. Ach, wie, das schafft er auch nicht. Ach, doch. Mit ein bisschen Gewalt ging es. Schön, ich hoppele hier lang wie ein Hase, aber guck mal, wie schnell wir sind, wenn wir hoppeln. Nein. Kommen wir jetzt wirklich nicht hier rüber? Achso, hier vorne. Okay. Dann gucken wir uns mal den unverendeten Turm an. Was ist das hier oben? 5G-Antenne, oder? Ach nein, das ist der unverendete Turm. Aber hier zeigt einfach nur die Mission hin. Wer ist denn das? Möchtest du handeln? Was genau verkaufst du? Was genau verkaufst du? Nicht wirklich viel. Früher habe ich mehr angeboten. Essen, Getränke, Erfrischungen. Ich habe auf Touristen gehofft. Wanderer. Du weißt doch. Umsatz. Aber sie haben den Turm nicht wirklich fertiggestellt und es schaut nicht so aus, als würde er jetzt jemals fertig werden. Wieso? Na ja, es gibt Gerüchte, dass der Geldgeber versucht hat, den Bürgermeister zu bestechen und erwischt wurde. Oder hat er eventuell eben nicht bestochen und so die Genehmigung nicht bekommen? Da kann man sich nicht sicher sein. Die Leute reden, weißt du. Aber sie haben den Bau des Turms gestoppt. Also sieht meine Zukunft düster aus. Ich denke, ich werde mich bald nach einem anderen Job umsehen müssen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, dass sich alles zum Besseren wenden wird. Ich danke dir. Und vergiss nicht, wenn du frisches Obst hast, kaufe ich das gerne. Ich kann nicht viel zahlen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Das klang doch mal nach, äh, ja, einem netten Angebot, oder? Ach, lass das Geld stecken, da finden wir eine andere Lösung. Wir sind ja wahrscheinlich schließlich Single. Wir wären ja nicht ohne unsere Frau oder Kinder oder Familie einfach so hier aufs Land gegangen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. So, möchtest du gerne handeln? Möchtest du handeln? Ich wollte es doch nicht mehr vorlesen. Gourmet-Rezeptbuch 2 Fisch enthält einzigartige Rezepte für Gerichte auf Fischbasis. Essen hat sie auch. Oh, sie hat sogar ein schönes Glas Honig. Hirschpastete. Nö, wir haben gerade ein Hirsch gerettet. Da kann ich mir jetzt keine Hirschpastete einziehen. Milch. Achso, ich dachte nur der Kübel. Das wäre vielleicht schlau gewesen. Und Eier. Trockenfleisch. Und was hat sie an Werkzeug? Eine andere Angel hat sie noch. Eine Motorsense. Jawohl. Und Kettensäge. Aber da haben wir ja schon eine. Sogar genau dieselbe. Nö, lassen wir erst mal. Ich brauche auch nicht unbedingt ein Fischrezept. Und weitere 250 Sozialpunkte. Okay, ich dachte die ganze Zeit, ich muss jetzt den Turm weiter vollenden. Aber anscheinend nicht. Das war ja mal eine sehr, sehr schnelle Mission. Das ist doch was Schönes. Mal nicht so viel Arbeit wie mit der ganzen Nagelerei. Dann holen wir uns schnell unser Auto wieder. Fahren das erstmal wieder bei unserem Tantchen aufs Grundstück. Dieses Geräusch, wenn man zu tief fällt, das gefällt mir sehr. Es ist zwar nicht unbedingt realistisch. Ich glaube, das klingt anders, wenn man aus so hoher Höhe nach unten springt. Dann macht das eher Knack oder... Nein, oh nein, nicht festfahren. Christine, du schaffst das. Ach, scheiße. Oh, jetzt können wir natürlich ein ganz großes Problem haben. Komm schon, Christine. Dreh dich. Nein. Ach, Mist. Das ist natürlich richtig, richtig schlecht. Können wir die anschieben? Oh, ein Glück. Ich dachte schon. Oh nein, sie fährt nicht weiter. Nein, ich habe mich zu früh gefreut. Woran steckt es denn jetzt? Oder woran hängt es denn jetzt? Komm schon. Okay, dann jetzt. Oh, ein Glück. Okay, wir machen nicht mehr solche Experimente. Wir fahren nur noch auf der Straße. Stellt euch mal vor, die Karre wäre jetzt... Ist hier schön hängen geblieben. Dann hätten wir alles in Zukunft laufen müssen. Machen wir nicht mehr. Machen wir nicht mehr. So, und da sind wir auch schon an einem Folgenende angekommen. War vielleicht nicht unbedingt die spannendste Folge. Aber trotzdem doch gut was gesehen. Und gerade mit dem Hirsch. Das war doch mal eine schöne, gute Tat. In der nächsten Folge würde ich sagen, gucken wir dann vielleicht mal zum Angler. Also zum Bürgermeister. Und schauen mal, dass wir hier noch ein Gebäude weiter reparieren. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr unterstützen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Würde mich sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020